Die optimalen Videoformate für die Top 7 Social-Media-Plattformen Ihr neues Video ist fertig und soll nun über Social-Media geteilt werden? Hier finden Sie die richtigen Videospezifikationen für Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Xing und Twitter, damit das Posting reibungslos funktioniert. 81% der Verbraucher geben an, dass sie sich für ein Produkt oder eine Dienstleistung entschieden haben, nachdem sie sich ein Video angesehen haben. Am einfachsten werden Videos über Social-Media gefunden und verbreitet. Dabei geht es allerdings nicht einfach um das Darstellen von Produktinformationen. Eine Studie der Zeitschrift Psychological Science hat ergeben, dass Menschen wesentlich wahrscheinlicher Inhalte mit emotionalen Reizen teilen, insbesondere mit positiven Emotionen. Diese Emotionen aktivieren unser Nervensystem und den Wunsch nach sozialer Übertragung und wir neigen eher dazu, diese Inhalte zu teilen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil. Denn humorvolle Videos bringen uns zum Lachen. Erklärvideos können zu einem befriedigenden Aha-Erlebnis führen. Imagefilme helfen beim emotionalen Branding. Geschichten über dramatische Schicksale stimmen uns nachdenklich. Durch Video wird digitale Storytelling über Social Media sehr einfach möglich. Dies hilft Ihnen, potenzielle Kunden mit Ihrem Produkt bekannt zu machen. 57% der Verbraucher geben an, dass Videos Ihnen mehr Vertrauen in das Unternehmen schenken und somit die Hürde des Online-Kaufs herabsetzen. So bietet ein professionell erstelltes Video über nahezu alle Unternehmensbereiche hinweg einen hervorragenden Return-on-Investment. Was Sie vor der Erstellung Ihrer Social-Media-Videos beachten sollten Zu Beginn Ihres Projekts sollten Sie sich folgende Fragen stellen. Welches Ziel verfolge ich mit meinem Video? Wer ist meine Zielgruppe? Auf welcher Plattform erreiche ich diese Zielgruppe am besten? Wie kann ich mein Video auf dieser Plattform optimal einsetzen? Um Ihre Erfolgschancen zu steigern, behalten Sie diese Punkte bei der Produktion Ihres Social-Media-Videos im Hinterkopf. Dies sind einige Ziele, die Sie mit Ihrem Video verfolgen könnten. Möchten Sie Ihre Brand-Awareness steigern? Sich als attraktiver Arbeitgeber darstellen? Neue Kunden an Land ziehen? Mit Ihrem Publikum in Dialog treten? Zeigen, wie die Nutzung Ihres Produkts zur Lösung eines Problems beiträgt? Ganz gleich, für welche Plattform Sie sich letztendlich entscheiden. Im Folgenden finden Sie die Spezifikationen aller Netzwerke, um Ihr Video bestmöglich darauf anzupassen. Videospezifikationen Übersicht der sieben Top-Social-Media-Plattformen 1. Facebook-Videospezifikationen Auf dem größten sozialen Netzwerk der Welt darf Ihr Video nicht fehlen, denn täglich werden über 100 Millionen Stunden auf Facebook-Videos angeschaut. Und gegenüber YouTube werden Facebook-Videos bis zu 477% öfter geteilt. Video-Anforderungen und Platzierungsmöglichkeiten Anstatt Ihr Video von einer externen Plattform via Link zu teilen, sollten Sie es definitiv direkt auf Facebook hochladen. Sogenannte Native-Videos erhalten eine um bis zu 168% höhere Interaktionsrate verglichen mit solchen, die über Links fremder Plattformen, zum Beispiel YouTube oder Vimeo, eingebunden wurden. Facebook-Video-Fakten Facebooks Leitfaden für Werbeanzeigen empfiehlt, folgende Punkte bei der Erstellung Ihres Videos zu beachten. Format Empfohlen wird eine MP4- oder MOV-Datei mit H.264-Komprimierung, aber auch fast alle Dateitypen werden unterstützt. Audio Stereo AAC Mindestens 128 Kbps Verhältnis 9 zu 16 bzw. 16 zu 9 Auflösung Höchstmögliche Auflösung ohne Pillarboxing Keine schwarzen Balken Keine Beschränkung der maximalen Auflösung Größe Maximal 4 GB Länge Maximal 240 Minuten Text Überschrift bis 25 Beschreibung bis 30 Zeichen 2. Instagram-Videospezifikationen Nahezu 71% der Unternehmen nutzen Instagram, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Und im ersten Quartal 2017 haben mehr als 5 Millionen Menschen Instagram-Videos von Unternehmen angesehen. Die Investition lohnt sich also. Videoanforderungen und Platzierungsmöglichkeiten Auf Instagram können Sie Ihr Video entweder im Feed oder in Ihrer Story posten. Instagram-Video-Fakten Wie Sie im Leitfaden für Instagram-Werbeanzeigen nachvollziehen können, sind die Design-Empfehlungen für Instagram-Videos nahezu dieselben wie für Facebook, bis auf die Videolänge von maximal 15 bzw. 60 Sekunden. Format MP4- oder MOV-Dateien mit H.264-Komprimierung empfohlen, aber auch fast alle anderen Dateitypen werden unterstützt. Audio Stereo AAC Mindestens 128 Kbps Verhältnis 4 zu 5 bzw. 1.91 zu 1 Feed 16 zu 9 bzw. 4 zu 5 und 9 zu 16 Story Auflösung Höchstmögliche Auflösung ohne Pillarboxing, keine schwarzen Balken, keine Beschränkung der maximalen Auflösung. Größe Maximal 4 GB Länge Maximal 60 Sekunden Feed, maximal 15 Sekunden Story Text Maximal 2200 Zeichen, nur Feed Außerdem sollten Sie in Ihren Stories bei Verwendung von Text und Logo auf etwas mehr Abstand zum oberen und unteren Bildrand achten. 3. YouTube-Videospezifikationen Als weltweit größte Videoplattform und zweitgrößte Suchmaschine birgt YouTube für Ihr Video großes Potenzial. Dabei können Sie hier problemlos ausführlichere Inhalte posten. Die durchschnittliche Videolänge beträgt etwa 5 Minuten. 4. Videoanforderungen und Platzierungsmöglichkeiten Für Ihre organischen Videos können Sie aus einer Reihe von verschiedenen Formaten und Maßen wählen. YouTube-Video-Fakten Für YouTube gilt es, folgende Empfehlungen zu beachten. Format MOV MPEG-4 MP4 AVI WMV FLV 3GPP oder WebM Audio Stereo AAC Verhältnis 16 zu 9 Ideal 4 zu 3 mit Pillarboxing Schwarze Balken Auflösung 426 x 240 Pixel bis 3840 x 2160 Pixel Größe Maximal 128 GB Länge Maximal 12 Stunden Viertens Snapchat-Videospezifikationen Snapchat-Videos erhalten mehr als 10 Milliarden Views täglich. Hier sprechen Sie vor allem eine jüngere Zielgruppe an. 45% der User sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. Videoanforderungen und Platzierungsmöglichkeiten Auf Snapchat können Sie entweder ein maximal 10-sekündiges Video in Ihrer Unternehmensstory posten oder eine längere Werbeanzeige schalten. Dabei sollten Sie sich an das 9 zu 16 Format halten, obwohl bei Long-Form-Ads auch horizontale Videos erlaubt sind. Snapchat-Video-Fakten Generell können Videos mit folgenden Spezifikationen hochgeladen werden. Format MoV- oder MP4-Datei mit H.264-Komprimierung Audio Stereo-AAC-PCM 192 Kbps Verhältnis 9 zu 16 Auflösung 1080 x 1920 Pixel Größe Maximal 32 MB Länge Maximal 10 Sekunden Fünftens Linked-in-Videospezifikationen Laut einer Studie teilen 54% der Führungskräfte wöchentlich relevante Videos mit Kollegen. Auf Linked-in profitieren Sie vor allem mit B2B-Videos. Videoanforderungen und Platzierungsmöglichkeiten Ihr Linked-in-Video posten Sie direkt in Ihrem Feed. Seit der Einführung von Native-Videos empfiehlt es sich auch hier, Ihr Video direkt auf Linked-in zu posten, anstatt einen Link einer externen Plattform zu teilen. Sie können auf Linked-in nur horizontale Videos posten. Vertikale werden bisher nicht unterstützt. Linked-in-Video-Fakten Für Linked-in-Videos gelten folgende Empfehlungen. Format ASV, AVI, FLV, MPEG-1, MPEG-4, MKV, QuickTime, WebM, H264-AVC, MP4, VP8, VP9, WMV2 oder WMV3. Audio AAC, MP3 und Vorbis Verhältnis 1 zu 2.4 bzw. 2.4 zu 1 Auflösung 256 x 144 Pixel bis 4096 x 2304 Pixel Größe 75 KB bis 5 GB Länge 3 Sekunden bis 10 Minuten 6. Xing Video Spezifikationen Xing ist das führende soziale Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum mit 13 Millionen Mitgliedern. Mit einem B2B-Video sind Sie hier an der richtigen Adresse. Videoanforderungen und Platzierungsmöglichkeiten Videoanforderungen sind für Xing bisher nicht bekannt. Die Anzeigen erscheinen auf der Startseite der Mitglieder, an die sie ausgespielt werden. Design-Empfehlungen Auch weitere Design-Empfehlungen gibt es bisher von offizieller Seite nicht. Dennoch können Sie davon ausgehen, dass Sie mit kürzeren Videos mehr Erfolg erzielen werden. Die durchschnittliche Anzeigedauer in den sozialen Medien beträgt nur 1,7 Sekunden. Daher versuchen Sie bereits in den ersten Sekunden eine möglichst einfache und präzise Botschaft zu kommunizieren. 7. Twitter-Videospezifikationen Ihr Video auf Twitter zu teilen, das lohnt sich. Im Vergleich zu jeder anderen digitalen Plattform werden Twitter-Videos am besten wiedererkannt und steigern die emotionale Verbundenheit zu Unternehmen am effektivsten. 8. Videoanforderungen und Platzierungsmöglichkeiten Auf Twitter können Sie Ihr Video im Hochkant- oder Querformat in Ihrem Feed posten. 9. Twitter-Video-Fakten Twitter empfiehlt eine Reihe von Kriterien für ein optimales Video. Beachten Sie vor allem folgende Spezifikationen. Format MP4- oder MOV-Datei mit H.264-Komprimierung Audio AAC Verhältnis 1 zu 3 bzw. 3 zu 1 Auflösung 32 x 32 Pixel bis 1280 x 1024 Pixel Größe Maximal 15 MB Synchron 512 MB Asynchron Länge 0,5 bis 30 Sekunden Synchron 140 Sekunden Asynchron Text Tweet bis zu 116 Titel bis 70 Beschreibung bis 200 Zeichen Jetzt kann es losgehen! Damit Ihr Video gefunden wird, reicht es nicht, es einfach auf Ihrer Website hochzuladen. Es muss geteilt werden, um für Ihre Zielgruppe sichtbar zu werden. Dies funktioniert am besten auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Wie Sie in diesem Artikel gesehen haben, ist es gar nicht so schwer, Videos online zu posten, wenn man die einzelnen Spezifikationen der jeweiligen Plattformen kennt und bereits bei der Videoerstellung berücksichtigt. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Video! www.blogcast.com 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 Vielen Dank.